mehr hat okay schau fixier rüber zauber schild mal schön der von zaubern 15 punkte sinkt okay natürlich anziehen eine verzauberte die denn für also dass hier mehr auf zauber ausgelegt die weg können okay weil jetzt muss ich mal gucken was eine rüste macht also die von den feindlichen ausgebildeten 20 punkte sind damals um 20 punkte den könnte man vielleicht ein bisschen machen oder ich habe auch 20 also ist das jetzt nicht so natürlich bisschen mehr abwehr ist klar aber hat jetzt nicht so mehr abwehr von die ganzen zwei steilen salz lesen schade jetzt wollen wir erst mal alles plündern gehen hier guten tag mantel des meins guck mal da haben wir den gleich statt zu kaufen haben wir ihn ja schon hier so haben wir ein bisschen geld wiederholen von euch ich habe mich komplett ausgenommen wie die weihnachtsgöns hier war das ich wollte doch nicht raus ich wollte doch wieder zurück und wenn dann muss ich spenden und speichern und so ein entschuldige jetzt gehen wir erst mal hier rein das ist für eine komische bude hier hallo spaß am eingerichtet oder was glaub ich halt alles bei euch da ist genau das der käse den ich hatte den gemütlichen käse harter käse und halt einen frischen käse stärke sahen die gleich nicht lumpen in stärke sahen würde ich gerne automobiles steckt jetzt auf ihnen hauptsächlich gesetzt der hat hohe weiß hat angriff machen wir die stärke noch hier ein bisschen höher ach guck mal das falsche oh jengis seine stärke noch höher zwei so da war nichts übernachten für 60 das ist ein traum so muss ich sagen kannst du meine stimme hören ich muss zugeben dass ich wissen doch was mit ihr schon geschehen ist ich hatte ein fluch vom dollar groß das ist das Okay Okay Ah, ist abgeschlossen, natürlich. Super. Nein, da waren noch Kisten. Blöde Action. Ich weiß gar nicht, welcher Stadt wir eigentlich sind. Nächste 26. Goldmünchen wieder zurückbekommen. In welcher Stadt sind wir denn? Teleportation. Baccarat, Arcadia. Boah, was sind wir denn hier? Gab es nicht hier so was wie so eine Minimap? Da. Arcadia, ja. Da ist es. Wir gehen jetzt aber in jedes Haus und... Schatzthron. Kommt da irgendwie rein. Boah, das ist so geil. Da sind Schatzhunden, ich will, da kommt da nicht rein. Frechheit. Jetzt gehen wir jetzt noch nicht. Die haben, glaube ich, meist Bücher. Ich habe ein bisschen lesen können, außer es ist so... Oh, ne, sie ist doch gut ausgestattet eigentlich. Morgen. Können wir spielen? Ne. Ah, kommen wir hier rein? Okay. Kindchen, Kindchen, Kindchen. Hier ist das nicht so aus. Ah, muss sein. Plündern, plündern, plündern. Damit ich immer wieder was wieder bekomme. Nichts, ist auch nicht schlimm. Hallo? Eine schicke Partie war da, aber nicht hier keine schöne Frau drin. Äh, okay. Damit klau ich dich halt, wenn du mit mir nicht reden willst. Lieber Kriegshammer, Kriegshammer und ein Kraftspender. Talos. Die... Was ist mit dir los? Dann nicht. Dann red halt nicht mit mir, wenn du nicht möchtest. Pö? Muss ja nicht sein. Ähm, da schein es irgendwo unten lang zu gehen. Klar. Papa, Papa, Papa. Können wir sie ein bisschen beschleunigen, alter Mann? So, bin ja ehrlich zu dir. Ich habe keinen Bock, nochmal die Geschichte zu hören. Äh, oh. Da habe ich jetzt schon gelesen. Shit. Das Rezept, dunkle Robe, magische Kleine. Okay, doppelt schon ins. Giftmottendolch, oder beziehungsweise Giftmottmesser. Nichts Interessantes, doch. Da noch ein Fässchen. Einmal Lapppulver, da fehlt noch Milch. Dann können wir uns einen Käse herstellen. Und die nächste, was gibt es? Äh, ich check an. Tänzerpanzer, Silberpanzer. Star, okay. Okay, keine Ahnung. Was dafür Rezepte drauflauern. Erstmal hier, ah, guck mal, hier ist direkt was da oben. Das sind Steinwitzler, aber die wollen mir alle nicht weiterhelfen, oder was? Aber Bücher gibt es den Namen hier, finde ich. Ähm, eine Himmelswaffe. Teufelschanz und Fledermaus, okay. Ich glaube, das ist die, die ich hier bekomme später für. Bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Sind noch gar nicht so weit hier, Jungs. Ihr könnt mal ruhig ein bisschen klöppeln. Nicht nur hier rumsitzen. Oh, ein bisschen. Hallo? Anyone here? No. Öffne dich. Schade. Hm, ah, ein Buch. Buch, 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 Buch. Und wieder was. Der Ring der Ringe. Anti-Lebungsring. Anti-Gegengiftring. Okay. Wenn das der Ring der Ringe ist. Soll das wohl so sein. Vielleicht kommt hier einer. Hey, sind wir uns? Na ja, ich dachte, da kommt jetzt was Interessantes. Noch ein neues Ding. Aber nur eine kleine Geschichte. Gut. Gehen wir da raus aus der Tür. Geh dich hier in den Biergarten rein. Kannst du bitte in den Biergarten rein gehen? Aber wir bringen jetzt fast die ganze Zeit hier. Hier in der Stadt. Aber will ich sagen, ein bisschen plündern. 53 Gold. Na wohl. Ich will doch keiner hier. Hallo, Mäuschen. Hallo. Nächstes Heustchen. Hallo, Kinder. Ich bin der Onkel, der hier einfach alles ausrauben wird. Weil ich Buck dazu habe. Lederkleidung. Nicht gucken. Arbeit. Ich tue hier nur eintreiben. Das, 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 das kann man eigentlich nicht planen. Ne. Schade. Okay. Gibt es noch kein Fässchen? Ne, habt ihr leider nicht. Doch, die Seite. Ein paar Menschen, die ein bisschen Geld für mich haben. Sammeln doch Spenden. Für mich selbst. Ah, Bücher. Bücher. Äh. Bücher. Ein Ring und Rollt am Schienen. Machtstack 1. Machtstack 2. Das mächtige Amschienen.